Die hat's getan. Die hat's sogar getan. Die hat's sogar getan. Was hat die getan? Sie hat meinen Ex und ich getraut. Heidi Klum hat es getan. Sie hat sie getraut. Und Thomas Gottschalk war der Trautzeuge. Wie macht die das denn? Thomas Gottschalk, der war auch ganz verwundert in dem Moment. Ich hab noch seinen Blick gesehen. Man kann sich von Heidi Klum ... Das ist so ihr zweites Standbein, falls es mit dem ersten nicht möglich ist. Aber pass auf, ich möchte gerne auf eine ganz andere Geschichte. Du warst am Anfang nicht da, pass auf.